Herzlich Willkommen zu täglichen Dosis Trash, holt schon mal das Popcorn raus, es wird wieder Trash. Heute geht es mal wieder um Cora Schumacher und auch Oliver Pocher. Die hatten ja wohl was miteinander und es ging ja hin und her, auch im Dschungelcamp war es ja die ersten Tage sehr präsent, das ganze Thema. Und Cora Schumacher wirkte verliebt und als hätte sie wirklich bei Olli den gefunden, den sie sich persönlich immer gewünscht hat. Wiederum, Olli hat das dann alles sehr durch den Kakao gezogen bei seiner Show, bei seinem Bühnenprogramm und ja, das Ganze ist dann ziemlich strange abgelaufen, wie ich finde. Also wenn er wirklich was mit ihr hatte und das deutet vieles darauf hin, dass sie ja mit ihm da zu Gange war, Anfang, Mitte Dezember. Und ich finde, wenn man dann miteinander ins Bett geht, dann sollte man da auch nicht so abfällig übereinander reden. Andererseits war es natürlich auch sehr unschön, dass er da im Dschungelcamp quasi zum Thema gemacht wurde aus seiner Sicht, das kann ich auch nachvollziehen. Ich hätte das, glaube ich, auch nicht so geil gefunden, wenn ich jetzt mit irgendeiner da was hätte und dann plaudert die da irgendwelche intimen Dinge aus von irgendwelchen Treffen, nur damit sie da irgendwie ein bisschen Cloud hat und Screentime. Finde ich auch immer ein bisschen schwierig, ja, kann man definitiv auch kritisieren. Wie er allerdings dann, ja, drüber sich lustig gemacht hat, fand ich dann irgendwie auch so ein bisschen sehr unter der Gürtelinge. Auf jeden Fall, ja, werden die beiden wohl kein Pärchen mehr und sie hat jetzt ein Reel rausgehauen, wo viele jetzt auch so ein bisschen reindeuten, Mensch, das ist nochmal so eine kleine Abrechnung mit Oliver Pocher und ihr könnt auf jeden Fall mal unten reinschreiben, wie wertet ihr das jetzt? Findet ihr das jetzt noch lustig und unterhaltsam dieses Reel oder sagt ihr, nee, das sieht schon alles sehr verbittert aus? Ach Mädels, ich habe so große Probleme mit Männern immer gehabt, also nein, ach Gott, andersrum, warte, ich hatte sehr viele Männer mit Problemen immer gehabt und eines Tages, mir wurde eine Sache klar, ich brauche keinen Mann, nee, ich brauche doch keinen Mann und zwar, warum brauche ich einen Mann? Um Probleme zu lösen, die ich ohne Mann nicht hätte oder was, ich verstehe das nicht und die bringen noch eigene Probleme, man nimmt ihre Probleme zusammen mit meinen Problemen, es gibt noch mehr Probleme, warum soll ich sowas überhaupt? Genauso, ich habe wirklich mich entschieden, keinen Mann zu suchen und diese Entscheidung hat auch wirklich sehr lange angehalten, fünf Minuten, tschüss. Ach Mädels, ich habe so große Probleme mit Männern immer gehabt, also nein, ach Gott, andersrum, warte, ich hatte sehr viele Männer mit Problemen immer gehabt und eines Tages, mir wurde eine Sache klar, ich brauche keinen Mann, nee. Wir gehen jetzt hier mal die Kommentare unter diesem Posting durch von Cora Schumacher und die haben es zum Teil sehr in sich. Girls, lass die Tür besser zu, wenn wieder irgendein Liebeskasper vor eurer Tür steht. Also das ist jetzt schon mal ein sehr deutlicher Seitenhieb in Richtung Oliver Pocher oder wie seht ihr das? Ja, ihr könnt es gerne unten reinschreiben, ich würde sagen, das ist schon sehr deutlich rauszuhören und rauszulesen, dass damit natürlich der liebes Kasper Oliver Pocher gemeint ist, ja. Dann geht es hier weiter, super Filter, also das ist ja alles nicht so nett, dann kommt wohl einer nicht darüber hinweg. Ach Cora, mit dir macht man was mit, dann den wird sein Karma schon irgendwann einholen, ganz bestimmt. Karma Strikes Back. Heute ist Tag der Muttersprache, also rede in deiner Muttersprache, Cora. Das ist dann auf dieses Wheel, wo sie ja diesen russischen Akzent danach macht, gemünzt. Dann geht es weiter, ich bin 54, bin Single und so glücklich wie noch nie, genieße mein Leben und die Zeit mit meinen Enkeln. Nein, perfekt, ich bin glücklich, warum ändern? Dann geht es weiter, peinlich bis zum Anschlag, ja, kann man jetzt auch, ja, durchaus zu sagen. Ja, das Original ist von Comedian Liskos Official. Das sind noch mehr witzige Reels, ihre Figur heißt Svetlana. Ja, dann sind hier noch einige andere Leute getaggt worden, die es lustig finden, super Filter. Ähm, da kommt wohl eine nicht drüber hinweg, das hatten wir schon. Und ja, also ihr seht jetzt, das ist hier teilweise, ähm, ja, von den Leuten durchaus, äh, belustigend, aber auch, äh, peinlich empfunden. Und warum dann mit russischem oder ukrainischem Dialekt, Fragezeichen? Ich bitte dich, muss so etwas jetzt auch noch sein und diese Stimme der Bosnierin oder Albaner in egal, pum, 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 punkt. Ähm, ja, also da wird sie hier zum Teil auch kritisiert für, ähm, muss aber auch sagen, selbst die Comments, die jetzt so ein paar Likes bekommen haben, haben maximal 25 Likes. Das spricht jetzt nicht dafür, dass jetzt sonderlich viele da in den Kommentaren unterwegs sind, beziehungsweise da aktiv mitarbeiten. Ähm, ich sehe jetzt hier auch gerade nicht, wie viele Views das hat, aber so richtig erfolgreich war das nicht. Und das Ganze wurde auch vor elf Stunden halt nochmal bearbeitet. Deswegen dachte ich, wäre das vielleicht nochmal ganz interessant. Ich bin jetzt auf euer Fazit sehr gespannt. Ich fand Cora Schumacher gerade in den ersten ein, zwei Tagen im Dschungelcamp eigentlich recht sympathisch. Dann hat sie sich aber langsam ins Ausgeschossene und ist ja dann auch sehr frühzeitig aus gesundheitlichen Gründen rausgegangen aus dem Dschungelcamp. Und so richtig gut getan hat ihr das dort, glaube ich, nicht promotechnisch. Ich glaube, sie hat sich davon auch mehr versprochen. Auch Follower-technisch hat das jetzt nicht wirklich Zuwächse gegeben und sonderlich aktiv, wenn man das jetzt auch im Gegensatz bei Mike und Leila sich mal reinschaut, was da abgeht in den Kommentaren im positiven Sinne. Dann merkt man, dass sie da nicht so richtig von profitiert hat. Und das auch aus Gründen. Ja, das war zum Teil wirklich so, dass man sagen muss, mein lieber Gesangsverein, mein lieber Scholli, das ist doch alles so ein bisschen drüber. Ja, muss man jetzt da die Geschichte mit Oliver Pocher so rausposaunen? Und ich war wirklich schockiert schon fast drüber, dass sie das so deutlich auch gesagt hat, dass sie den Olli toll findet und verliebt sei und was mit ihm hatte. Und das ist dann schon irgendwie unangenehm gewesen. Wie er dann darauf reagiert hat, wie gesagt, finde ich dann allerdings auch ein bisschen unsportlich. Ja, wie gesagt, wenn beide sich dazu freiwillig entschieden haben, miteinander in die Kiste zu gehen als erwachsene Person, dann sollte man auch dazu stehen und dann nicht sich drüber im Nachhinein gegenseitig lustig machen. Sie hat anscheinend da auch mehr drin gesehen. Ja, sie haut hier nochmal ordentlich einen nach und ich bin gespannt, wie das Ganze jetzt dort weitergeht. Ich behalte das natürlich für euch im Auge. Ich würde ihr jetzt allerdings empfehlen, wirklich zu sagen, okay, das soll es jetzt mit ihm nicht gewesen sein. Die Sache ist auserzählt, bevor es richtig begonnen hat. Ich konzentriere mich jetzt auf andere. Und sie sollte sich da wirklich dann vielleicht irgendeinen Typ aussuchen, der es mit ihr ernst meint. Ja, vielleicht auch nochmal gucken, dass die Beziehung zwischen ihrem Sohn, Ralf und ihr vielleicht wieder sich so ein bisschen normalisiert. Das soll ja da auch teilweise nicht mehr gewollt sein von ihrem Sohn, dass die beiden sich da irgendwie miteinander noch unterhalten oder treffen. Und das ist ja dann, glaube ich, für eine Mutter auch schrecklich und eigentlich auch für einen Sohn schade. Da muss dann auch schon viel passiert sein in den letzten Jahren. Das steht mir jetzt aus der Ferne nicht zu, euch auch nicht. Dennoch kann man das ja hier nochmal kurz zum Ende mit reinbringen. Ich finde, dann sollte man dort sich darauf konzentrieren und da vielleicht wirklich versuchen, die Dinge umzuändern. Nun gut, das soll es dann für heute allerdings hier gewesen sein. Lasst gerne ein kostenloses Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns um 12 Uhr hier schon wieder zum nächsten Video. Da geht es auch nochmal um Leila und Mike. Also freut euch drauf. Bis dann und ciao, ciao.